Hallo zusammen, wir sind hier im Rahmen des Projektes Köln ist meine Familie in der Jugendeinrichtung Seeberger Treff, zusammen mit Jugendlichen, forschen unsere Geschichte, Geschichte unserer Familie und Geschichte Kölns. Wir hatten auch damit gar nicht gerechnet, dass es so viele Gemeinsamkeiten, so viele interessante Zusammenhänge gibt. Wir wünschen uns, dass wir zu ganz tollen Ergebnissen kommen und uns auch zutrauen, euch diese Ergebnisse zu zeigen. Es handelt sich auf erster Linie um die Identifikation, Selbstidentifikation, weil ohne festen Boden kann man auch nicht richtig sicher in die Zukunft gucken. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg allen Teilnehmern des Projektes. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.